Super! 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 als mehr Hass. So, und dann war das soweit. Ich hab mir meine erste Platte gekauft. Später hab ich sie dann an Bert Weider verkauft. Und dann ging das dann los. Und dann ging das dann los. When I'm gonna take it, at all are we gonna take it? When I'm gonna take it anymore? He's got no fight to give him this. And he likes it and never use it. And I go right and I go wrong. We got no fight to give him this. But he likes it and never use it. And I go right and I go wrong. When I'm gonna take it, at all are we gonna take it? When I'm gonna take it anymore? When I'm gonna take it, at all are we gonna take it? When I'm gonna take it anymore? When I'm gonna take it, when I'm gonna take it, at all are we gonna take it? When I'm gonna take it anymore? Ja, später dann haben wir wirklich die Band gegründet und 25 Jahre später würden wir die Band gegründet und 25 Jahre später würden wir die Band gegründet und die Band gegründet. Oh, oh, oh. Oh, oh. Danke, Herr.